Im Leben eines angehenden Zauberschülers in Hogwarts gibt es wenige Fragen, die so wichtig sind, wie die nach dem Haus. Aus gutem Grund fleht Harry in seinem ersten Schuljahr den sprechenden Hut an, ihn doch bitte nicht in Slytherin zu packen. Auch in der Vorlage haben Schüler also ein Mitspracherecht bei der Einteilung, aber wie sieht das in Hogwarts Legacy aus? Wir klären, wie ihr in euer Wunschhaus kommt und wofür die vier Schülergemeinschaften eigentlich stehen. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welchem Haus ihr euch anschließen sollt, kommt erstmal noch ein kleiner Überblick. Wir fangen an mit dem ehemaligen Besitzer des sprechenden Hutes, mit Godric Gryffindor. Als einer der vier Gründer der Lehrinstitutionen waren ihm die Charakterzüge Mut, Ritterlichkeit und Entschlossenheit wichtig. Kinder mit diesen Eigenschaften werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit in Haus Gryffindor landen. Das Wappen des Hauses ziert ein Löwe und die Farben sind Rot und Gold. Gryffindors gelten als tapfer, doch sie haben mitunter auch einen kurzen Geduldsfaden, verhalten sich rücksichtslos oder leichtsinnig. Slytherins werfen Gryffindors außerdem oft eine gewisse Arroganz vor. Aber das mag auch daran liegen, dass die beiden Häuser auf eine lange Tradition der Rivalität zurückblicken. Der Gemeinschaftsraum von Gryffindor wird vom Gemälde der fetten Dame bewacht. Schüler erhalten nur durch die Nennung eines Passworts Zugang. Zu den bekanntesten ehemaligen Mitgliedern von Gryffindor neben Harry und seinen Freunden gehören Albus Dumbledore, Minerva McGonagall und Rubeus Hagrid. Aber auch Fiesling Peter Pettigrew wuchs in diesem Haus auf. Nutzen wir dann auch gleich die Gelegenheit, um rüber zum größten Rivalen von Gryffindor zu schauen. House Slytherin gehört zu Salazar Slytherin, der zweite der vier Gründer von Hogwarts. Anders als von vielen vermutet, sortiert der sprechende Hut hier aber nicht nur die fiesen und reichen Kinder rein, sondern entscheidet anhand der Eigenschaften, die Salazar wichtig waren. Dabei handelt es sich um Raffinesse, Einfallsreichtum, Führungsqualitäten und Ehrgeiz. Salazar hegte eine große Abneigung gegen Muggel, also nicht magischen Menschen und auch gegen Zauberer und Hexen, die von Muggeln abstammen. Es gibt zwar muggelstämmige Mitglieder in Slytherin, aber das kommt nicht häufig vor. Das Wappen von Slytherin ist eine Schlange, passend zur Tatsache, dass Salazar Slytherin wie Harry Potter Parsel beherrscht, also die Sprache der Schlangen. Die Hausfarben sind Grün und Silber. In diesen Farben erstrahlt auch der Slytherin-Gemeinschaftsraum, der sich im Kerker von Hogwarts befindet. Um einzutreten, muss ein Passwort genannt werden, das eine geheime Tür in einer Steinwand öffnet. Slytherin hat zwar einen schlechten Ruf und wird mit erzkonservativen Gedankengut in Verbindung gebracht, aber das Haus hat neben Voldemort und vielen Todessern auch andere bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht. Severus Snape war Mitglied, Horace Slughorn ebenso und um ein Haar wäre selbst Harry Potter im grünen Gemeinschaftsraum gelandet. Rowena Ravenclaw gründete das dritte Haus in Hogwarts. Ravenclaw. Schüler in diesem Haus zeichnen sich durch Qualitäten aus, die Rowena verkörperte und die ihr wichtig waren. Diese Eigenschaften sind Scharfsinn, Gelehrsamkeit und Weisheit. Neugierde und Kreativität sind ebenfalls von Bedeutung, deshalb tummeln sich in Ravenclaw meistens die motiviertesten Schüler, die sich auch mit Magie und Themen beschäftigen, an denen andere Häuser kein Interesse haben. Viele Ravenclaw-Mitglieder haben akademische Ambitionen und arbeiten hart für das Erlangen von Wissen. Mancher möchte aber auch einfach vom guten Ruf des Hauses profitieren, um Karriere zu machen. Aber ein guter Schüler zu sein, bedeutet nicht, dass man auch ein guter Zauberer ist. Das Wappentier von Ravenclaw ist der Adler, die Farben sind Blau und Bronze. Der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws befindet sich in der Spitze des Ravenclaw-Turms und erfordert kein Passwort, um Einlass zu gewähren. Stattdessen stellt der Türknauf ein Rätsel und wer es löst, darf eintreten. Um den Wissensdurst der Schüler zu stillen, besitzt der Ravenclaw-Raum eine eigene Bibliothek. Zu Ravenclaw gehören bekannte Persönlichkeiten wie Luna Lovegood, Sybil Trelawney und Garrick Ollivander. Hermine Granger wurde ebenfalls beinahe in dieses Haus einsortiert. Das letzte der vier Häuser in Hogwarts ist Hufflepuff. Es wurde von Helga Hufflepuff gegründet und es setzt bei der Wahl der Mitglieder nicht ganz so stark auf herausragende Charaktereigenschaften wie andere Häuser. Wichtig war an Helga Hufflepuff, dass ihre Schüler hart arbeiten, sich loyal und fair verhalten und Geduld und Hingabe zeigen. Mit dem Haus wird außerdem ein gesteigertes Interesse an Kräuterkunde in Verbindung gebracht. Die gewöhnlich freundlichen und ehrlichen Hufflepuffs verhalten sich oft weniger kompetitiv als die Mitglieder der restlichen drei Häuser. Dank des ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden von Hufflepuffs herrscht unter ihnen großer Zusammenhalt und zu Rivalitäten kommt es nur sehr selten. Mit all diesen Eigenschaften hängt aber natürlich zusammen, dass das Haus den zweifelhaften Ruf genießt, das Auffangbecken für all diejenigen zu sein, die nicht gut genug für die anderen Häuser sind. Doch die Annahme täuscht. Hufflepuffs neigen einfach nicht zur Prahlerei und binden nicht jedem ihre Erfolge auf die Nase. Aus dem Haus kommen auch die wenigsten dunklen Zauberer. Das Wappentier von Hufflepuff ist der Dachs, die Farben sind gelb und schwarz. Der Gemeinschaftsraum von Hufflepuff befindet sich im Keller von Hogwarts und liegt gut geschützt. Angeblich kann man dort deshalb sehr viel besser schlafen als in den Türmen von Gryffindor und Ravenclaw. Ziemlich komfortabel ist auch die Lage direkt bei der Küche. Um in den Gemeinschaftsraum einzutreten, müssen Schüler im richtigen Rhythmus auf ein Holzfass klopfen. Wer das nicht hinkriegt, wird mit Essig überschüttet und darf nicht rein. Bekannte Personen aus dem Hause Hufflepuff sind unter anderem Newt Scamander, Nymphadora Tonks und Cedric Diggory. Und damit habt ihr einen Überblick über alle vier Häuser. Jetzt kommt's ganz auf euch an, welches euch am besten gefällt. In Hogwarts Legacy habt ihr dann nicht nur Zutritt zu dem entsprechenden Gemeinschaftsraum, es gibt auch hausexklusive Quests. Aber dafür muss euch der sprechende Hut einsortieren. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hm, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Hm, interessant. Im Spiel habt ihr mehr Einfluss auf die Wahl als die Schüler in der Vorlage. Sobald ihr eingeteilt werdet, stellt euch der Hut zwei Fragen. Anhand eurer Antworten bekommt ihr das Ergebnis. Aber wenn es euch nicht gefällt, dürft ihr euch selbst in euer Wunschhaus stecken. Das ist sehr bequem. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel. Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. Hm, in der Tat. Du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Du bist bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Eventuell habt ihr aber bereits irgendwann einmal einen Account bei der Wizarding World of Harry Potter im Netz erstellt. Das war früher mal als Pottermore.com bekannt. Dort gibt es deutlich längere Tests, die über eure Hauszugehörigkeit, die Gestalt eures Patronos und euren Zauberstab entscheiden. Ihr könnt euer Ergebnis ins Spiel übertragen und damit euren Avatar mit den Eigenschaften eures Avatars in der Wizarding World ausstatten. Dazu müsst ihr die Konten verknüpfen. Danach stellt euch der sprechende Hut nur eine einzige Frage. Ihr könnt aber auch hier am Schluss ein anderes Haus wählen, wenn ihr doch nicht zufrieden seid. Und damit seid ihr bestens vorbereitet, um eure Karriere in Hogwarts zu starten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Follow und natürlich müssen wir die Frage jetzt auch stellen. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin? Was ist euer Haus? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und für alles weitere zu Hogwarts Legacy und euren Lieblingsspielen, checkt pcgangs.de